Achtung, Fans von Eintracht Frankfurt! Wir stehen vor einer dringenden Nachricht, die den Kurs unseres Clubs verändern könnte. Eine sensationelle Enthüllung steht kurz bevor und Sie sollten Sie hier zuerst hören. Aber bevor wir dazukommen, wenn Sie Eintracht lieben und über alles informiert bleiben möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Verlieren Sie keine Zeit, denn was wir gleich enthüllen werden, könnte die Zukunft unseres geliebten Teams komplett verändern. Veränderungen hinter den Kulissen überraschen alle und lösen eine Welle der Besorgnis unter Fans und Spielern aus. Was könnte wohl vor sich gehen? Die Spannung ist groß, aber wir versichern Ihnen, dass das Warten sich lohnt. Eintracht Frankfurt befindet sich derzeit in kritischen Verhandlungen. Markus Krösche, unser Sportdirektor, steht im Zentrum eines Sturms aus Spekulationen und Gerüchten. Mit Krösches Vertrag, der bis 2025 läuft, sind die Verhandlungen über seine Verlängerung für Merz angesetzt und die Adler sind optimistisch. Aber das ist noch nicht alles, die herausragende Arbeit von Krösche ist nicht unbemerkt geblieben und hat die begehrlichen Blicke von europäischen Giganten wie Borussia Dortmund, Liverpool FC und Tottenham Hotspur auf sich gezogen. Nun, die große Frage, die in der Luft hängt, wird Markus Krösche bei uns am Main bleiben? Alles deutet darauf hin, aber im Fußball kann alles passieren. Jetzt möchten wir von Ihnen, dem Fan von Eintracht, hören, was halten Sie von dieser Situation? Macht Ihnen eine mögliche Abwanderung von Krösche Sorgen? Und wenn er geht, wen würden Sie gerne an der Spitze unserer sportlichen Zukunft sehen? Vergessen Sie nicht, Ihren Kommentar unten zu hinterlassen, teilen Sie Ihre Meinungen und natürlich, wenn Sie ein wahrer Fan von Eintracht sind, hinterlassen Sie Ihr Like und abonnieren Sie den Kanal für mehr sensationelle Nachrichten wie diese. Letztendlich steht die Zukunft von Eintracht Frankfurt auf dem Spiel und Ihre Stimme ist ein entscheidender Teil dieser Reise. Zusammen sind wir stärker. Was denken Sie? Wird es einen Unterschied machen, wenn Krösche geht? Wer könnte unser nächster Sportdirektor sein? Kommentieren Sie jetzt und lassen Sie uns gemeinsam in diese Diskussion eintauchen. Und denken Sie daran, abonnieren Sie und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um kein Detail über die Zukunft von Eintracht Frankfurt zu verpassen.